Glück auf, hier ist weiterhin euer Hyde. Wir zocken weiterhin Flyen und wir retten einen PC. Mal sehen, was er eigentlich ist dann. Oh, ich hasse diese blöde schwarze Motte. Diese Pouncing-Flumi-Motte. Was bist du? Also da zittert bisher nur ne Luftblase. Raya la Seerua. Komm her. Okay, geht schon mal. Okay. Da muss ich relativ flüssig durchkommen. Nein, ich hab losgelassen. So ne Scheiße. Haste das. Der Anfang ging ja relativ flott. Aus dem Weg. Irgendwie, glaub ich, geht's da lang. So, geht schon mal. Haben wir übrigens mal ein Secret eingesammelt. Ist da auch mal was? Oh oh. Wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich wollte erstmal noch das Secret. Mist, ich komm da nicht grad vorbei. Ah, gut. Hat funktioniert so. Nein, ich hab losgelassen. Nein! Verdammt! Oh. Äh, was ist das? Huh? Oh. Ah. Brauchen wir mal einen Neustart. Ah, okay. Also, ein unwichtiges Secret. Haben wir damit mal entdeckt. Ist ja auch mal was anderes. Oh man, was ist denn los? Ich drück die ganze Zeit immer die imaginäre Sprung-Taste. Ich hab zu viel mit Super Meatball gespielt wahrscheinlich. Die brauch ich gar nicht drücken. Es gibt keine, äh, nicht imaginäre Sprung-Taste, sondern Renntaste. Dich. Komm her! Ach, verdammt! Wollen wir mal, ich... Damit ich den... Geh her den Scheiß! Gut, super abgekürzt. Ach, scheiße. So viel zu abgekürzt. Ja. Ach, scheiße. Uuh. Oh, oh. Ah, Mist, das muss ich. Zu selten. Oh. Was für eine miese Scheiße. Oh, der... Das ist ein Geheimnis. Okay. Der Dings ist nicht stark genug. Der Schwung, den ich dadurch kriege. Ah, scheiße. Langsam regst du mich auf. Wenig sterben. Will ich schaffen. Okay. Komm, hoch. 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 Hoch mit dir. Komm runter, scheiß Stein. Pam. Hoch mit dir. Ich hab' doch gedrückt. So eine Scheiße, langsam regst du mich auf Ich komm kaum voran hier Halt das Gefühl Ich kribbeln hier noch einen Anfang fest Ach, langsam geht's doch Auf die Eier Komm her, scheiß Plattform Ah Resetten Wechseln Das war Blödsinn Auch aufpassen, dass ich nicht runtergewischt werde Rein mit dir Wechseln, wechseln, wechseln Hoch Oh Konzentration. Um. Um. Boah. Was? Wie? Wie? Das funktioniert so nicht. Okay, machen wir mal ohne den Bouncing. Scheiße. Boah. Nein! Scheiße. Jetzt bin ich richtig nervös. Boah. Äh, was? Ich bin jetzt blau. Warum bin ich jetzt blau? Wir haben es geschafft. Und es ist ein geist ähnliches Geschäft. Das ist ja... Ne. Ich brauche einen Screenshot. Das dürfte reichen. Das ist ja immer bei mir. Ich mache ja immer oben links in die Ecke die NPCs. Und ja. Boah. 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 Wir haben drei Dings gesammelt. Die Samen sind zu wenig. Oh. Was gibt es denn hier alles bitte? Okay. Dann machen wir mal hier lang Screamen. Oh cool. Boah. Das ist ein bisschen schnell für die Augen. Level Unlocked. Wir haben es geschafft. So. Kommt jetzt schon der Bossgegner? Oder kommt erstmal ein normales Level? Au. Au. Neue Mechanik? Es gibt jetzt tödlichen Nebel. Das ist ja auch wunderbar. Hey. Ich kann dazwischen aber nicht Dingsen. Das schnell mal kurz anhalten. Oder aufhören mit dem Bouncen. Das ist aber etwas ärgerlich. Ah verdammt. Das meinte ich. Ich kann nicht wie gewohnt kurz vorher. Sondern muss jetzt irgendwie auf die Nebel achten. Und der ist ein bisschen schwer zu durchschauen. Lechter Wortwitz. Ne. Ähm. Ich weiß nicht ganz genau wo der anfängt und wo der aufhört. Äh. Ja. Wo der anfängt eigentlich nur. Wo der aufhört. Wo der aufhört. Wo fängt Nebel an und wo hört er auf? Mach keinen Sinn oder? Hoch mit dir. Ach Mist. Hm. 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 Da wird es mir ja mal zusammengezuppelt. Ja sowas von egal. Muss ich sagen. Naja. Trotzdem sah ich sie ein. Weil ich es kann. So. Da kann ich schon mal. Ähm. Machen wir erstmal. Da auf. Wach. Oh. Nein. Haha. Boah. Alter. Da. Oh. Da geht's rein. Da muss ich singen. Wie. Mäßig muss er hoch. Ich weiß doch schon wie ich da hinkomme zu den äh. zu der Schildkröte. Beziehungsweise. Wurm. Glibberwurm. Ah. So erstmal müssen wir hier singen. Da können wir nämlich an die Kugel ran. Dann können wir den Scheiß hier auch einsammeln. Denn. Bisschen sehr knapp bemessen. Oder? Hallo Glibberwurm. Hallo Schildkröte. Glibberwurm. Schildkröte. Ich mag den Glibberwurm. Wie. So. Dann können wir ja Checkpoint nutzen. wir müssen vorher wieder singen jetzt ist die frage da müssen wir wieder schwarz werden auch nicht schwarz ärgern alter das ist komplizierter als es aussieht gekriegt raus da wieder es ist grell warum müsst ihr so sch... hm kann ich da ein bisschen... nein ich muss grün werden auch wenn ich nicht alle Samen kriege ich will das wenigstens versuchen was war das ach da oben das ist so ein Singvieh wir brauchen hier nochmal einen schwarzen dann die eine die 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 Nein! Ein glückreiches Checkpoint, haha. Da ist nämlich noch ein Geheimweg. Da möchte ich... Ah, Mist! Das war doof. Ich darf ja gar nicht loslassen. Heißt, ich muss in den richtigen Winkel springen. Ah, Mist! Losgelassen! Und schön, und schön, und schön. Hm, ist ja nicht gebounced. Du sollst bounceen. Bounce. Da, sehr schön. So, Checkpoint nutzen. Ja, dunkel machen. Da unten geht's auch noch rein. Okay, da müssen wir wieder blau werden. Aber er hat schon eng... Oh. Ganz schön eng bemessen mit den... Mit den Nebeln. Wie... Hä, wie soll ich denn hier mit dem blauen lang kommen? Auch nicht. Ich werde runter gehen. Ich lege das ab. Ich kann nicht. Ah. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Nicht. Oder doch? Da muss ich ja blau sein. Da komme ich jetzt da weiter. Boah, ich weiß ja, dass da noch eine blaue Kugel ist. Da an die will ich ran. Ah ja, da muss ich kurz mal rüberbouncen. Und dann langsam darüber zu schweben. Außerdem ist... Ah, da ist auch noch eine blaue Kugel. Und die haben wir auch. Ah, 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 ah. Ich hab's raus, ich hab's raus. Wenn ich dann schon mal hier bin, kann ich gleich den Scheiß einsammeln. So, bitte einmal kurz blau werden. Das Riemen lassen. Ah, da sind noch Samen. Das ist so ein Scheiß. Ah, ich hab's geschafft. Ich will nur die Samen haben. Okay. Skill. Skill. Ist einfach nur Skill. Oder auch nicht. Bis wo entriegt mich das? Bis hierhin. Okay, ich muss auf jeden Fall erst mal nicht schwarz sein, weil ich hier sinken kann. Super. Da kann ich auch jetzt schwarz sein, weil dann überlebe ich den Scheiß hier ein bisschen eher. Nicht, dass ich auszusehen zu weit in die Dings springe. Komm runter. Ah ne, da ist ja auch noch eine Plattform. Okay. Ach Mist. So. Gibt es da irgendwie noch was? Da unten gibt es da was? Nö, keine blaue Kugel. Okay, das halt schon mal raus mit dem fliegenden Wechsel sozusagen. Jetzt ist die Frage, hätte ich das jetzt schon wechseln sollen? War das klug? Wir wissen es ja vom letzten Mal. Okay, jetzt sind wir erst mal wieder unten. Da ist noch eine Kugel. Also, so viel zu. Meine. Reiner. Oh. Ach, ich war ja gar nicht in der richtigen Ebene. So, schon mal B drücken. So, hier ist kein roter Nebel. Ja, da fehlen mir wieder ein paar von Anfang wahrscheinlich, da ich die einfach nicht beachtet. Ja. Ich trinke erst mal einen Schluck. Ähm. Ähm. Da mache ich schon mal gleich Neustart.